Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's System Breach. Ich habe eine Möglichkeit, vielleicht eine Möglichkeit gefunden, wie wir Foxy, Foxy? Roxy, nichts tun müssen. Mein Favorite. Und zwar, es gibt das sogenannte True Ending und dafür brauchen wir nur Chica und diesen Krokodil. Und einen Krokodil habe ich ja schon direkt und Chica kann ich machen, kriege ich hin. Ich habe es übrigens geschafft, mich beim Featherblast wieder raus zu glitschen. Das heißt, ich habe jetzt den Featherblast-Bass-Piu-Piu-Piu. Damit können wir Roboter kurzzeitig aussetzen, ein bisschen Klick-Klick machen. Hier so. Und zwar müssen wir jetzt erstmal ins Bowling-Zentrum gehen. Ich lasse mich nur kurz überlegen, wie kommen wir da ein bisschen hin, Memo... Da hin. So. Und zwar, wir müssen in Bowling, ins Bowling-Zentrum gehen, da dann die ultimative spezielle Kombination finden, äh Kombination, äh Kombi finden von, ähm... Wo Chica angelockt wird, habe ich nämlich vorhin gefunden. Zeige ich euch sofort. Ola, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Fortsetzen. Jawohl, einmal raus, weil ich glaube, sonst können wir da nicht drauf zugreifen. Jetzt gehen wir kurz hier nach hinten, dass wir nicht erkennt werden. Oh lol. Nachrichten. Nachrichten, gelesene Nachrichten, hallo? Ah, ja, Margarita. So. Ruhige Party. Hallo Gregory, ich bin's Freddy, ich bringe die ins... Achso, ne, das ist... A Chica-Upgrade, Frage... Versteckt den Mix. Genau, hier. Rückruf-Ermittlungen. Bitte bringt den gesamten Monty-Mystery-Mix ins Eiscrimslager hinter der Bowling-Bahn. Weitere Anweisungen folgen. Und... Baby-Baby-World. Auf jeden Fall... Warte mal hier. Das Spiel Baby-Baby-World macht Zicken. Kunden beschweren sich, dass es mit der Zeit merkwürdige Fehler entwickelt. Bin ins Theater, um sie zu beheben, aber jetzt ist es weg. Es gab keine Verlegung... Verlegung, also sollte es da sein, irgendwo sein. Ich schaue wohl nach den Firmen-Meeting nochmal nach. Das müssen wir auch ausprobieren. Das ist auch wichtig. Was heißt wichtig? Ich möchte jetzt einfach nur schauen, wie es dann ist. Was da ist. Es ist ja irgendein Spiel, was man glitschen kann anscheinend. Aber wir holen jetzt erstmal diesen Monty-Mix. Weil mit dem Monty-Mix können wir Chica... Machen. Richtig. So. Kamera ist geladen. Wir müssen hoch. Wir müssen zur Bowling-Bahn. Und jetzt am schlauesten, hier hoch zu gehen. Aber... Ich glaube, ich speichere nochmal schnell. Ich speichere lieber nochmal da unten schnell, bevor wir hier doch vielleicht irgendwie dumm sterben sollten. Sicher ist sicher. Zack. Speichern. Wenn wir uns schon frei geglitscht haben, können wir uns doch wieder reinglitschen. Das Liegenlieben, wie man mal hat, als man hätte. Da, 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 Rockstar, bla, bla, bla. Und hier drüben. Bowling. Genau. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Ja, ich bin immer lost. My favorite. Ui. Lass mich rein. Volumen. Boah. Knappe Geschichte. Freddy. Freddy. Manchmal bist du verwirrend, mein lieber Fastbear. So. Mit dir gehen wir jetzt hinauf. Lieber man hat dich dabei, als man hätte dich dabei. Und dann müssen wir diesen Mix finden. Sind wir in den Lichter? Wir sind in den Lichter. So. Da kann man auch nochmal speichern. Richtig und richtig. Machen wir natürlich gleich. Oder machen wir jetzt. Speichern. Yes, Sir. So. Und hier kommen wir jetzt in die Bowling. Ah, Freddy kommen. Dich nehme ich lieber gleich mit. Lieber man hat, als man hätte. Was ist eigentlich mit Bunny passiert? Weil ich gerade gesehen habe, Bunny Schill. Was ist eigentlich mit dem passiert? Weiß man das? Weiß man das? Da können wir, glaube ich, ohne ihn rein. Und hier muss man es jetzt irgendwo finden. Und hier muss man es jetzt irgendwo finden. Wo ist es? Das ist jetzt die Frage. Wo gehen wir hier? Jetzt ist auch so die Frage. Die Lore. Die Lore. Wieder was Goldenes. Die Lore. Boah. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Hier ist es anscheinend nicht. Wie sieht denn das überhaupt? Ah, wir haben da oben was. Wie sieht denn das überhaupt aus? Einsammelt. Das ist wieder Story relevant. Das ist nämlich wieder so eine Rot. So. Der Bereich Einsatzteile und Service befürchtet, dass Chica große Schreien erleidet, wenn sie die Müllpresse gerät. Schaut also immer in die Presse, bevor ihr einschaltet. Verwendet sie nicht um Pizzasachen mit Pizzageschmack oder Materialien, die nach Pizza riechen. Insbesondere das Monty Mystery Mix. So in den Sorten. Sonst werden euch die Ersatzkosten vom Lohn abgezogen. So machen wir Chica nämlich fertig. Wie ein Rellich. Finde heraus, wie du Roxy aufhalten kannst im Roxy-Royce-Way. Nee. Ich habe eine Methode wahrscheinlich gefunden. Aber wir müssen es nicht machen. Monty's Mystery Box. Oh lol. Haben wir hier auch. Und die müssen wir da rein jäten. Benutzt den Monty Mystery Box Mixer in der Müllpresse der Küche. Jetzt kommt meine Frage. Wie komme ich wieder in die Müllpresse? So Meister, du kommst wieder her. Mit dir laufen wir wieder schnell durch. Keine Lust auf Stress. Keine Lust auf Beef. Muss ich viel gesagt. Nur gucken. Okay. Wieso laufen die hier rum? Wieso laufen die hier rum? Wait a minute. Hallo? Warum laufen die hier rum auf einmal? What the fuck? Okay. Warum auch immer laufen die da rum? So, ja. Was können wir hier wieder? Here we go again. Was kann man hier machen? Nix, ne? Gibt es vielleicht irgendwie was, wo ich einsammeln kann? Das kann ich mir vorstellen, dass hier irgendwo komplett versteckt ist. Vielleicht was? Weil hier keine Sau hingehen würde, so ungefähr. Stoffe 10. Lol. Nein, also es ist anscheinend einfach nur eine Tür Die wir nicht aufkriegen LOL Roffel XD It's a prank So, schauen wir wieder am besten hier durchgehen Aber dürfte kein Problem sein So weit, so gut, so rette ich Hat schon mal gut funktioniert, jetzt müssen wir nur noch Ja, er wollte mir helfen, indem er mich in Teile leider zerreißt Das gefällt mir nämlich nicht Das ist der Teil, der mir wenig Spaß macht An dem sie mich verletzen wollen Weil sie alle gewalttätig sind wie sonst was Ich weiß nicht, was euer Problem ist Aber ihr habt ein Problem Und das anscheinend mir Ein großes Problem Noch dazu So, dann tun wir Freddy aufladen Und gehen mit Freddy hier entlang Gehen wir zu Parts and Services Wie kommen wir denn da runter Ich habe keine Angst Doch, habe ich Leider Ich will da auch keine Angst haben Aber ihr macht mir Angst Ah, hallo Roxy My favorite Hello, my dear Alter, bist du dreckig geworden Warum bist du dreckig? Wir müssen aber glaube ich nicht in Parts and Service Ich glaube wir müssen hier entlang Wir schauen mal, ob ich mich Da speichere ich jetzt nochmal Wieder Erneut So, dann gehen wir jetzt mal hinaus Ah, ich kann wieder nicht rennen Komme ich denn hier überhaupt zu der Presse hin? Ich glaube ich bin falsch Ich bin falsch So, das ist es Freddy 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 Haben wir anscheinend wieder Freddy kaputt gemacht Aber wo war die Müllpferse? Hier muss ja irgendwo sein, die Müllpresse Sie schirr meinen Gedanken Freddy Hat jetzt etwas länger gedauert als gedacht Freddy 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 Wo gehst du hin? Horror Horror Ich weiß gerade echt nicht mehr wie wir in den Mülleimer kamen Oder zum Mülleimer Hallo, hallo, hallo Ich würde sagen, wenn ich etwas finde, wenn ich etwas weiß, melde ich mich wieder Ich suche mal Let's go So Ich habe in meinen alten Let's Plays nachgeschaut Wo das war Wir müssen Pizza, Pasta Und dann ist da irgendwo Salat Also ich denke mal einfach da hinten dann dabei Salat und sowas Da müssen wir rein, da ist ein Lüftungsschacht So ein Lüftungsschacht aus, können wir dann dort da hinein? Sowas in meinem Let's Play Mal schauen, ob das noch geht Ich bin gespannt Sollte funktionieren Hoffentlich Genau, da ist auf jeden Fall noch der Schacht Genau, hier bin ich richtig So, dann speichern wir hier Und dann machen wir Chica fertig, würde ich sagen Sobald wir nicht rennen, dürften wir auch keinen Music Man bekommen Da hörte ich ihn Soviel dazu Soviel dazu Und die Musik die ihr gerade gehört habt Ist von Music Man So und der kann da wahrscheinlich jetzt einfach weil er da kommen sollte So ungefähr Oder weil er da kommen muss So Hier speichern wir jetzt nochmal Und dann machen wir Chica fertig Alles kaputt hier So Es sollte eigentlich keiner irgendwo hier was sein Gibt es auch nichts mehr Genau und darunter müssen wir Darunter müssen wir Keinen Freddy So da müssen wir dann Monty's Ding reinstellen Loll Ähm Müllpresse 2 Motor der Presse Mit 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 Zur Lösung vom Gesprächsbericht. Wie angefordert, hier meine Aufzeichnung zum heutigen Einstellungsgespräch mit der leitenden Sicherheitsgestalten. Vanessa ist zwar ausgescheinlich motiviert. Augenscheinlich, boah, Digga. Motiviert und intelligent, hat aber keinerlei relevante Qualifikation. Mir ist klar, dass die Empfehlungen von ganz oben kam, aber wir brauchen für eine Einrichtung dieser Größe jemanden, der schon einmal ein Sicherheitsteam geführt hat. Ich kann sie für diese Person nicht empfehlen. Ich kann sie auch aus unseren Gründen nicht empfehlen, aber... Not my fault. So, dann erstmal platzieren. Machen wir das mal. Platziert. Kabel folgen. Ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich bin falsch. Mission, ich finde heraus, wie man ein Schieker aus dem Schiebzuhl schaltet, den Generator für die Müllpresse ein. Aber welche Kabel soll ich denn jetzt folgen? Töne, wir haben jetzt mal die hier. Willst du nur den Knopf drücken? Der müsste Chieker außer Gefecht sein. Sind es noch mehr oder was? Oder fehlt noch mehr? Hab ich doch... Hä? Nein. Buh be5! Buh be5! D Was ist das? Was ist das? Äh, Generatoren einschalten. Eins von drei. Mein Licht ist bald aus. Das ist mein Problem. Erstmal speichern. Ihr kennt mich. Hallo. Wichtig und richtig. Aber das Gelbe ist auch recht hell. Genau. Ah, Auflade-Ding. Perfekt. Wunderbar. Das brauche ich doch. An demnach nicht gedacht. Äh, Licht jetzt. Genau. Ah, da muss ich die Generatoren jetzt dafür anmachen. Verstehe. Das heißt, irgendwo hier? Also davor? Oder in dem Raum? Ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Das sind Generatoren. Ja, die ist nicht kaputt. Die wird safe noch irgendwie leben oder so. Obwohl. Also wie gesagt, die wird noch weiterlaufen. Zu 100 Prozent. Ah, wo sind die Generatoren jetzt? Ich such mal. Ah, die blinden Fisch. Hier geht es einfach weiter. Bimm mal nochmal die Schattenlampe auf, weil wir wieder zu viel mitbraucht haben. Und dann so wie die Generatoren. So. Ah, ich dachte, das sind jetzt Füchse. Boah, jetzt ruckelt das Game. Heiliger Bimba. Generator, Generator. Sehen die so aus wie überall, die Generatoren. Das ist kein Generator. Ziemlich viele Teile hier unten. Ah, hier ist ein Generator. Boah, Digga, was? Ich sag doch, die lebt noch. Bin ich tot? Ich bin nicht tot. Aber sie ist noch da. Karte, das ist hier. Hier gibt es unten ein Safe. Oh, doch, gibt es. Ach, du Scheiße, wie die sich anhört. Ah, da hinten. Moin, Meister. Wo ist denn da drin? Wo sind die anderen Generatoren? Das hört sich nicht mehr gesund an, wirklich. Das hört sich nicht mehr gesund an, wirklich. Lol. Ah, wo sind die anderen Generatoren? Hallo. Die zurückkommend. Bewegt dich doch. Boah, die stinke sauer. Die stinke sauer. Aber ich kann es ihr nicht verübeln, muss ich halt sagen, ne? Ich kann es ihr nicht verübeln, dass sie sauer ist. Die Chica, Chica. Oh, schüttelfrust. Speicherpunkt. Ja, wenn es jetzt pro Generator einen Speicherpunkt gibt, habe ich auch nichts dagegen. Habe ich auch nichts dagegen. Brauchen wir wieder einen Generator? Ne? Verstehe, 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 verstehe. Und da fliegen sollten wir... � Oh, schüttel of Das! Ooooooh! Ooooooh! Yeah well. Ich werd ihn nie wieder rausfinden, das war's für mich. Bin tot, wie immer. Ja, das war's für mich. Rest in Piss. Das ist der Generator. Oh! Bye, bye! Oh! Oh! Hass ich das! Hass ich das! Oder sowas. Ah, hier liegt's Blech da. Oh, perfekt. Und der nächste Speyerpunkt. Wunderbar! Da brauch ich mir keine Gedanken machen. So. Licht. Ach, die Dinger schon wieder. Oh, ist das aber auch gern... Oha! Habt ihr das Grinsen gesehen? Das war's für mich. Oh mein! Das war's für mich. Ah, ich hör sie schon wieder. Ich hör sie schon wieder. Ich hör sie schon wieder. Und weg hier. Und weg hier. Ich bin's, Big Brain. Oh! Wer ist das? Das ist Vanny! Ist das Vanny? Die Musik. Das ist Vanny. Das ist Vanny. Das ist Vanny. Das ist Vanny. Safe Call. Das soll jetzt wissen. Ich bin neugierig. Ist das Vanny? Muss Vanny sein. Ja, es ist Vanny. Okay. Okay. What the fuck? Ach. Ist das von in Europa dann? Oha. Ist das von denen geschrieben? Die sehen schon fucking creepy aus. Sowas hasse ich, ne? Huh. Gut, wir haben das Upgrade. Wir können das Ende theoretisch machen. Ich will mal noch schnell das, 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 das... Update durch. Oh. Oh. Speichern. Let's do this baby. Auf geht's. Wo sind wir denn? Ah. Wir sind auf der anderen Seite. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir sind auf der anderen Seite. Wie kommen wir jetzt raus? Mal öffnen. Okay. Uh. Freddy. Machen wir es einfach mit dir. Du wirst wahrscheinlich noch voll geladen. Gell? Mein guter. Hier. In Roxy wird nicht so viel Platz wie in dir hier. Aber... Ich hätte trotzdem gern lieber Roxy. Hier war das durch, ne? So. Wo sind wir jetzt hier? Uh. Ah. Ich dachte, das ist irgendwie ein Booster. Aha. Lese ich gleich. Lese ich gleich. Schau ich gleich, wo das hinführt. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier gelandet? Ich glaube, wir sind falsch. Ich glaube, wir sind falsch. Wir nutzen einfach mal den Aufzug jetzt. Ich bin mal gespannt, wo der uns jetzt hinführt, der Aufzug. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich hoffe, dass ich es irgendwie hinkriege, sie nicht damagen zu müssen. Ich bin... ... 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